DUMBLE JUNGLE Ja, das ist so, das ist so Erstmal Ja, super, das wären die... Das wären die hr-testen 5 Level Of... Doom Weil ich Level 6 bin, wird das lustiger No, das ist mal stylisch Was hast du jetzt gefunden? Du kennst doch, dass so viele Leute Tattoos haben wollen So eine Art Tattoo-Drucker Für 150 Dollar Die gehen einfach Welcome to Summoner's Raid For the Unlivingness Yes Okay Okay Double Jungle, ey What? Was haben wir denn gesagt wegen deiner Brille Musst du selber... 30 Seconds into Minions 4 Are you kidding me? Malin hat schon wieder Internet gemacht? Malin hat schon wieder Internet gemacht? Wer den Kill gekriegt ist so fucked Alter, du hättest fast 3 Leute gekurlt Ja, deswegen Minions hat spawned Ja und sie kriegen keinen einzigen Buff Sehr gut Ich... Obey Naja, ich muss wenigstens nicht holen Warte, wer hat jetzt nochmal den Kill gekriegt? Warte, wer hat jetzt nochmal den Kill gekriegt? Ja, das war cool Warum? Warum? Warum ist die Case unrackt? Also nochmal so zur Info nicht das Fahrrad hat 10 Euro gekostet Sondern das Fahrrad Flicken hat 10 Euro gekostet Ich weiß noch nicht mal warum Fahrrad Fahrrad Ja, deswegen Fahrrad ist für Naps Ist für Sportliche, ne? Für Naps Für die Unliving Ah, die Keile regt mich auch Die macht auch nur ihren E-M Wer macht die auch? Dumme Keile Wenn ich meinen Ulti hab bis zu gut gekriegt Kannste da... Kannst du mich abwarten? Wollens, weil ich meinen E-Hab bis zu gut gekriegt Den hab ich jetzt Den hab ich jetzt Shit, ich hab so viel Clips verpasst Ich hab grad mal 5 Die hat 6 Nooo Ich hab so viel Clips verpasst Ich hab so viel Clips verpasst Das glaubst du nicht? Ich hab so viel Angst Ich hab so viel Angst Dass ich aus dem Busch komme und sie töte Da war und ich hab so viel Fiess Wir haben was Die normalen Die langen Das war das Das ist ein Level-2er-Rammo-Kopo, 2 Level-2er, watch out! Nur Pony und ich sind die Waren Double Jungle Er steht 14 zu 17, I don't know, ich weiß nicht wie, aber irgendwie kann die Ahri nicht fahren Weil ich meine, ich habe so viele Creeps verkackt Ich bin laufend am Creeps verkacken Wie schafft es die nicht so weit vor mir zu sein? Los geht's auf Ich wundere mich, dass die noch nicht bei dir gankend waren Die denken, ich habe die Langen verkackt, weil ich nicht einmal geschraubt Ah, Brillen losspielen, ey, fuck it Oh, da ist er Ich habe missgeschrieben Und zwar früh genug Und guck dir nichts, das ist jetzt hier erstmal passiert Oh, wo stirbt der? Ah Wow 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 Faggat Team ist faggat again Wow 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 Just wow Oh 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 erhält hat jetzt regieren du kannst mal noch um es zu benutzen er hat früher Level 6 als Kyle ja ist ja auch logisch ja weil ich sie auch trotzdem aus den Längen geklischt habe komm ich glaube ich brauche ein Tier Katalysator kann ich mir nicht leisten ich brauche echt und ich muss unterbrochen Q-Spam zu fahren warte gleich oh ich hätte wollte, gib dir gleich die Möglichkeit zu holen sorry ich hab gar keinen Mana ich kann dir nicht helfen ja aber du willst keinen Kill haben ich hab keinen Mana dann geh zurück oh Gott sie ist Level 6 Formel ja dann greift sie komplett an dass sie ihr Nullteam machen muss und kein Dinges mehr hat und bla 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 und okay und sie hält natürlich nicht meine lane da muss da muss Saco das ist das ist oh Gott oh Gott wie sollst du den Kill auf Shaco bekommen ich glaub das war mein ah dein Gift das war mein Dopp also also ich würd sagen worth it du hast auch noch den Killing Spree win du hast die Kyle bekommen ich hab den Shutdown ja du hast ne Killing Spree gut Job ich hab 33 zu du wirst dich verarschen oder die hat genauso viele Creeps wie ich oh du hast aber du hast ein Gefühl und das will wenn sie nur zwei ist es always gank top lane it will work especially against Exo ja ne eigentlich brauchst du so ein Schild but not gank this lane ich hab noch 2 Minuten 2 Minuten und 10 Sekunden 2 Minuten und 10 Sekunden 2 Minuten hol ich dann den nächsten Schild ah da hol ich mir einen Penta wow 2 gegen 1 und sie verkarten good job good job ein Harpies decken ist nicht 2 gegen Overt ist doch sau einfach einfach spreaden sobald er die Granate auf einen wirft greift haut der ab und der andere aber ich verstehe nicht wie die meisten Sovrakas denken sie zielen die Personen die getroffen werden von Granaten und wenn beide getroffen werden zielen sie immer den AD Carry oh ähm ooooh ähm zu bed sollte es dir vielleicht einen Watt holen hm ah schon gedacht du hättest da noch was gekillt hemm ich hoffe ja mal ne das ist ein Tree wie hast du Grimmel ja naja ich glaub jetzt noch 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 ein Blade und dann ja kauf dir trotzdem einen Watt Kauf dir einen Ja, der Schako hat jetzt schon 4 Kills und hat 3er Boots Obwohl, wenigstens 5er Boot, Schako Das ist nützlich Das bringt nicht viel Die wollen ja eigentlich nur um die Map kommen Da können sie auch lieber 5er Schuhe holen Ja, das ist es ja Wenn man schnell sein würde, kann man gleich die Bibliothek holen Oh Ganz beide Töne Alter, willst du mich verarschen? Ich war 3 Jahre im CC, ich konnte nix machen Alter, ich war ununterbrochen im CC, ich konnte nix machen So ein Scheiß 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 Das war Scheiße von mir Die meisten Akalis wissen anzeigen nicht, dass ihr E jetzt auch die U-Packt Was, der E-Prockt auf? Auf die Q Haben sie reingepatcht? Haben sie reingepatcht? Cool Die meisten Akalis wissen das anzeigen gar nicht Ich hab jetzt mal 4 Worts gekauft, ey Ich hab keinen Bock nochmal so zu verrecken, wer hat den Kill gekriegt? Oh ne, die Ari Ficke Ach übrigens, ich hab einen Ulti Oh, und das ist ein Freakill für dich Hat die Ulti schon benutzt? Ja Ja Der hat auch zu viel Leben 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 Ah, ich weiß gar nicht Wenn ich die Kur in die Hand Neh, sie ist zurück Die Ariat ist mein Blue-Ass Das ist so viel Arsch Der hat auch zu viel Leben Die Botlein von mir Das ist so viel Das ist so viel Aber der Old God Ohhhhh Der hat sich auf meiner Mund verrastet Das ist so viel Das ist so viel Das ist so viel Das ist so viel Bei Tier Da war ich mal Da war ich mal What was ist das? Was ist das? Das ist so, das ist ein Kile Es ist ein Kile ... Die sich nie wonderful Kalt und sich die Kile heutzutage Du musst noch ulti, oder? Ja. Naja, Facko. Facko, ich hab ihn hier noch. So ne Scheiße, ey. Ich fabriziere jedes Mal so ne Mist, ey. Was mach ich für ne Scheiße? Ich habe 2 Wards, wie schön. Ich habe kein Ulti mehr. Wow, du bist ein super geiler Jungle. Haha, die MF steht... Oh Gott, das Spiel ist so scheiße. Ich weiß, 6 Kills auf Schacko und der hat keinen Farben. Haha, der hat sogar keine Items. Ja, der würde in meinem Lager stören. Oh Gott, ich habe keinen Bock jetzt ein Argument-Ting zu starren, weil es Glück war, weil ich jetzt für dich gerade keine Brillentrager. Ja. Das wissen nur die meisten Leute nicht. Lalalalalala, ich bin gleich Tode. Guck dir das an. Eine Post-Kombo von der... Das ist A-W. Ja, ein bisschen zu stark. Oh. Da sind 3 Leute in deiner Mitte. Das ist ein Super-Shack-On Das ist ein Double-Buff Nicht mal Shutdown? Das ist ein Double-Buff Nein, hab ich nicht Dein Geist hat den Double-Buff Ah, super, der Geist ist tot Aber Ey, die Babys sind überall, ey Mitte, so derbe Aber sie gehen immer nur zu zweit, dass sie sie nachdenken Also warum man sich keine bringt, was wegen des Verkurs Die sind Level 8 und 7, ey Ist trotzdem scheiße Ari geht wahrscheinlich nach oben Ah, nee, die holt ihren Blue ab Wenn ich mein Ulti irgendwann Auf wieder ready habe Und dann macht der mal richtig viel Schaden Dann gibt's lustiger Ich brauche einen Road of Ages, ey Also jetzt dominiere ich Oh 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 Gott, da hat er eins an Nein, davor habe ich sie auch schon mal getürtet Oh, und dann nochmal Und dann weiche jetzt Und dann weiche jetzt Die ist so tot Oh, ich sollte vielleicht mal gucken, wo ich hin drücke Du bist am Blue Ja Ich war Partei, Partei, what's out Was ist die MF gestorben? Nee, die Caitlyn Caitlyn und MF sind ein bisschen brain-dead Find ich Alles okay, alles okay Noch, noch Der Vorteil ist, wir haben einen Aoe, wir haben einen guten Aoe-Schaden Ich mein, sehr guten Was war das, was war das, die Caitlyn einfach hier, zu rennen, ihre Ulti kommt sehr gut Sehr gut Wenn sie jetzt angehen, daher nicht reinkommen, ist sie D'Frau Hier kommt ja Aoe-Schaden Du hast noch deine Ulti? Ja Ja, halt Und Bum Bum LoL Hu 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 Gua mal was die Theater keiner gehört outro guage Nein, 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 nein... Wir in all the games... Ah, IP-Carry ist so gut... Du hast fast die Keile noch mitgenommen... Ja, aber nicht fast. Yipka, die hatte 100 Tarpelli! Nein, 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 nein... A-PMF all the way... That's why she doesn't do damage... 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 I'm all the creeps... Give me my vision... Ah, Drake... Oh, da ist noch ein kleiner... Boing! Da fugt die Aria natürlich wieder den Double-Buff-Brum... Oh, hey! Hey, Sharko! Hey, hey! Da ist ein Rammus im Buschitz... Als ob ich das nicht wüsste! Nein, der ist hier! Der ist hier! Alter, jedes Mal... Wer... Oh, Gott sei Dank nicht die Aria! Der wird herablos hier! Ich weiß es nicht... Er will von deiner True Damage-Ulti... ...Schaden kriegen... Und PAM! Und schon hast du die Ulti wieder ready. Und du bist tot. LOL! Weil du wusstest, wer der Richtige war. Ich hab das Bleeding auf ihm gesehen. Achso, weil du ihn vorher angegriffen hast. Achso, weil du ihn vorher angegriffen hast. Chase, sie zu mir! Chase, sie zu mir! Die ulti.. Die ulti.. NAH! Kill all dem Noobs! 10 Sekunden Ulti.. Ich muss noch nicht auf den Fall sterben! Boaaah.. Die ulti.. MF.. stirbt.. Kann sein. Aber Jetzt chased sie Und jetzt stirbt sie Ahja, shit happens Ich weiß nicht, ob ich ulti machen soll Nee, lass stecken That range Alter Das ist evil Extrem scharfe Gummibären Oh, geil Du bietest Leuten Gummibären an Und dann so, weil sie Sie im Mund haben Glauben sie, ein Drache Sie im Mund erwacht I had Ignite Und Der hatte 400 Leben Bestimmt Die Arya hat mir ein bisschen zu viel Burst, ey, ich brauch gleich eine Business Scepter Naja, eigentlich ist wirklich nur Arya mein Problem Wir haben Hey, wir haben Regstern mit mir Mir macht keiner Probleme Mir war allen Wir haben alle Du hast Wir haben alle Die Botlane stirbt wieder Unstoppable Ein Alli hat getrunken Für die Unliving Die Tee hat getrunken und verletzt Ein Alli hat getrunken Diese Botlane... Ah ne warte ich kann nicht, ich hab noch nicht so viel Geld Oh doch, hab ich Ich hab 1800 noch was gehört Oh Blue Ba 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 Ich kann es noch verwirriffen Okay, Ulti hat nur noch 136 Sekunden damit Ne geniale Idee wäre Also ne so ne Blupix Cube Als so ein Würfel zum Fliegen zu So ein Würfel So ein Würfel Den man nach den Farben sortieren muss Und die Kiste kann man nur öffnen Sobald alles richtig ist Ach du Scheiße Das wäre richtig Ewe Ja super, dein Dancer ist und du machst das in 20 Sekunden Ja, aber das ist aber am Anfang für den Anfang für jeden Ewe Hi, ich möchte mal aufräumen Okay Ich bin ein Würfel Ich bin ein Würfel Und wenn du nie wieder kamst Ich bin ein Würfel Ich bin ein Würfel Please, was holt ihr sich Was holt ihr sich Ich kann nicht gucken Doch H.P. Ach, sie hat so viel Spiel Deswegen Er müsste Scepter Er müsste Scepter Ein Ein bisschen All the things Ach übrigens Worts bringt nicht viel Rammuz hat ein Orakel Ja, habe ich mir in dem Spiel mit Ich habe in diesem Spiel ein Wort gekauft Rammuz 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 kommt da vorbei und denkt Der Fugte spielt Ich habe für mich gedacht Spielartig Oh, der ist so tot Oh, los Get out Das ist zum Glück nicht auf cooldown Der geschrien Was, die Fähigkeit ist nicht auf cooldown? Bei mir wird hier aber auf cooldown angezeigt Oh ja, mein Was ist denn nicht mit der Topfarm? Ich bin wieder in der Mitte Ob immer die Fall jetzt ist G16D Und dann sagen die Leute Der geil ist, Volte Gute Kontra gegen Darius Mein Oman Ich hasse, dass ich kann die Ahri im Burstkampf nicht besiegen Weil die ihren Ulti so benutzen kann Ich kann jeden im Burstkampf besiegen Easy Ja logisch Ich bin eigentlich aber nach dem Kampf eher am besten Ultiii Bin immer am besten Was, wie viel Geld habe ich? Ja, ich habe genügend Geld. Oh shit, die Drake... Drake, 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 Drake... Oh, oh, und schon hast du die Ultimate auch ready. Oh, sorry, dass ich nicht missgesagt habe. Oh, cool. Bitch, please! Ich guck mal, ob ich deren... Hat einer von denen Red? One v four, zwei Leute werden getötet. Nein, keiner von denen. Ich glaube, es hat gewonnen. Ja, ist noch nicht mehr da. Ja, Schakro hatte den Weg. Ich muss gerne meine Gegner weg. Das ist eine Wand, D.V.A. Ich habe gefehlt, meine Wand ist auf Cooldown. Das war die geilste Wand der Welt. Ja, aber sie hat funktioniert. Ja, sie ist weggescaert. Die ist ein Lecker. 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 Nein, hey. Es ist ihm scheißegal, wie schlecht sie war. Sie hat funktioniert. Ich habe Ulti in 12 Sekunden. Die ist ein Lecker. Die ist ein Lecker. Die ist ein Lecker. Sie ist ein Lecker. so ulti macht wie viel 550 plus 200 ich habe noch platz für ein zwei drei items bis es set da rabadons und er ist dann noch mal genau sonjas falls ich den sohn das wort brauche aha wo ich halt die pappe auslösen damit ich das geld kriege aber okay habe ich nur noch ein wort ja komm schon wieder zehn extra gold oh blubblubblubblub bluieeeeeeeeee diese timing ich hab Ulti wenn du brauchst oh du brauchst das nicht uuuuuh uuuuuh das sah richtig das sah richtig stylisch aus wie ich jeden mit der Ulti getötet habe das sah richtig dank 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 oh süß ja wie wir das machen weißt du was der witz ist ich hab immer noch Ulti ja du brauchst du musstest so eine Ulti ja nicht machen musstest hätte ja keine hätte ja sein Elche-Tander mich getroffen ich überlebe süß Abysseceptor tadaaa ich hab so wenig AP ist echt krass jetzt kann ich eigentlich auf AP gehen kaufen sich so gut da kauft sich keiner Magi Rest nicht ein Fitzel nicht mal Mercury Thread Gott ja ich hab jetzt ja 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 das ja 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 ist so geil es ist so geil das gleich passiert wenn sie mich ganken ich weiß wie du dich fühlst ich weiß wie du dich fühlst ich kann keine freundin mit double kill was passiert die jahre auch mit spiel weißt du ich hole die heiße fack auf rabadons sich um den sony und noch ein assist ich habe 12 und wir haben den meisten farm ich habe ich habe sogar meistens haben von ganzem spiel auch meine seltenheit ich das hinkrieg ja ich tüte mit alles wie macht ein ulti eigentlich jetzt überlegen 100 damage 900 damage ja 900 true damage ey das ist krass du 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 kill all idiots i got old in one 40 seconds one minute 40 seconds tja early game waren so p ja drei leute gegen mich ich werde von drei leuten angegriffen und passiert nix die amf hat ein kleines bisschen geholfen nicht wirklich nennenswert aber etwas und so wäre ich vielleicht noch drauf gegangen aber wollen ja eigentlich alle hier wollen wir alter wie ich jeden einzelnen spell verkackt habe drei die um ich habe ausgesprochen ist dann noch nicht vorbei davon können die ich glaube recht war keiner mich du dauernd kriegt ach was war das ramos ne urgut gg world plate ich habe jetzt nur 20 sekunden ulti kann ich nicht angreifen sollen die da die da hat die da die da ich mach mal drachen ich bin ja auf meiner kuh und hast aus 1000 schule mit jensten Wuuuuh Bitch please, die haben mich mit drei Leuten gegangt For the unlimited Yes, and it's done Oh, that's me Nö, I don't have to worry about ulti Arby Burst is so, P.E. That's my stylistic idea These Chain Chomps from Mario as Origen Oh, it's done, it's done, it's done, I'm ready Are you kidding me? Okay, now we have to go Exo Man Mode Serious Mode activate, we have to walk together Yeah, but unfortunately there is... Oh, there is no Arby You can only ulti attack, what do we have to do? I said, we have to go together He has damage, he has no damage Shaco has damage Vita has also got a kill Okay, now we have to go together Okay, now we have to go together Okay, now we have to go together It's so long It's so long Now I have to go together Now I have to go together Now it's faster Wartest you this time on me? We have to go together 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 I have to go together Now it's time to go together New door So, jetzt habe ich den Rantz, jetzt geht's los. Warte vor mir. Wie wird es schneller, desto mehr ist es wichtig. Meine Teile sind noch nicht mal voll, ey. Ich kriege schon über 100 AP, nur allein von meiner, von einem, von diesem dämlichen Stab, ey. Krass, ich habe auch hier die Damage. Warte vor mir, brother! Oh, wenn du bist, ist das? Shouldn't you wait! Ich wurde reingedrückt und gezwungen. Sag das, sag das, oh Gott. Gib mir unsere Chakos, ey, das ist echt schrecklich. Ich bin kein Ulti. Ich bin ein Ulti, ey, das ist jetzt ein Panzer. Jupp, ich habe mir leider keinen. Oh, das ist so schlimm. Ich bin ein Ulti, ich bin ein Ulti. Ich bin ein Ulti, ich bin ein Ulti. Oh, und die Störbezahle kommt. hatte wir müssen zusammen laufen das bringt dann nix ich meine wir können zu zweit eine menge gegner weg killen aber das bringt uns im endeffekt dann auch nichts mehr aber jetzt habe ich jetzt müssen wir jetzt warte auf mich dann machen wir einen teamkampf und ich habe nur ulti oh die akali kriegt schmerzen oh gott ok der vorteil ist mein einziger feind sind entweder drei gegner oder arby oder schakow wenn er einfach einen aufbau mal auf der den kunden sind die karten die kälte die entwicklung zudem welt von mir pro die um ein kreis ein kreis ein kreis ein kreis also oder die zwei armen er wurde abliegt bei sie ohne Ich bin der Typ. Sie sind immer auf, ich weiß nicht, wie später wird. Ich hab die gerade alle geklaut, mit einem Cue. Ich weiß. Wollen wir mal in dem gegnerischen Blue gucken? Nein, nicht da. Wait for me, wait for me, wait for me, wait for me. Wir müssen nur für Arry aufpassen. Der Raum hat nur Armour. Der hält dich nicht aus. Ja, ich weiß. Nur Shako und Arry haben sich bis jetzt Magyres gekauft. Und das ist ziemlich spät. Oh, die Cale holt sich auch was. Der ist nicht da. Die wird keine vorbeikommen. Weißt du, wenn man ein Ulti nicht 153 Sekunden cooldown hätte, würde ich den jetzt einfach mal benutzen. Okay, oh. Barron! Heartfall! Go, 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 go! Das ist Chako. Warte, warte! Äh, merkt er gerade, dass er komplett alleine ist? Weiß nicht, welcher der echter ist. Der da! Alter, wie mein Sohn erst nicht gepoppt ist, ey. Ach, nice. Der hat nicht so viel Schaden gemacht, der Chako! Fuck! Komm, du musst nur die Arry killen! Los, 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 los! Dank! Dank all the... Dank, 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 dank! 15 Kills! 250 Farms! Fuck yeah! Ich hab nur 16 Kills! Ist egal! Ist jetzt egal! Na, ich hab meinen Barron nicht mehr! Ach, wir haben ja nicht mehr Barron gemacht, stimmt ja! Stimmt ja, wir haben alle getötet! Jo! So! Ahhhh, schön! Hey! Und, Base! Und wieder zurück! Hey! Oh yeah!